Tanja hat eine Herzschild stand. Wird jetzt kürzlich beatmet. Ich muss entscheiden, ob die Geräte angeschaltet bleiben oder nicht. Hätte ich jetzt die Maschinen ausstellen, dann bist du eben nicht mehr da. Und dann krieg ich dich verloren. Was Frieda angeht, bei der Frau habe ich nichts Besseres zu tun, als ihr zu unterstellen, dass sie sich Tanjas Tod quasi herbeisehnt. Charmant. Diese Frau ist das Beste, was mir seit langem passiert ist. Ich will Frieda nicht verlieren. Ich will meine Chance nutzen und denen beweisen, dass ich kreativ bin. Aber jedes Mal, wenn Tore auftaucht, da hilft auch kein Tunnelblick mehr. Die waren angeordnet, weil Symmetrie schön ist. Da hat sich jemand große Mühe gegeben. Waren Sie da locker, Schulz? Sie wollen doch kreativ sein. Sie müssen mal loslassen. Aus Chaos entstehen Welten.